Hallo, mein Name ist Antonio Scholz. Ich betreue Henry Schein-Kunden im Kat-Kern-Bereich, hauptsächlich Serum. Hauptgründe für die Digitalisierung sind das analoge Abthormon-Wegfallen. Man sieht direkt am Monitor schon das Ergebnis des Abdrucks, sieht, ob man genug Platz hat für seine Präparation für seinen Zahnersatz und mit einem Klick auf den Versandblatt ist das Ganze auch schon im Laufe. Dehnt man das Ganze dann zu einem Chair-Side-System aus, dann kann man Einzelzahnversorgungen wie Inlays, Onlays, Ohnen, Veneers, auch schon kleinere Brücken direkt in der Praxis herstellen. Das hat dann den Vorteil, dass man den Patienten in einer Sitzung versorgen kann. Bei Henry Schein gibt es ein Kat-Kamm-Konzept. Wir begleiten den Kunden von der Auswahl und der Zusammenstellung der Geräte bis hin zur Installation.